Die G-Cop ist in diesem Zoo. Er kann mir bestimmt etwas über meine Mutter sagen. Was hat die Mishima Saibatsu mit meiner Mutter zu tun? Das Teufelsgen Das Teufelsgen führt zu einer sofortigen Reaktion der Körperzellen und verschafft der Versuchsperson einen massiven Energieschub. Vor 20 Jahren wurde das Gen-Manipulationsprogramm, das den Beginn der Teufelsgen-Forschung darstellte, nach einer Reihe tödlicher Unfälle im Zuge klinischer Studien aufgegeben. Haihachi Mishima verlangte die Zucht eines Exemplars, das die Behandlungen überstehen konnte. Laut Berichten der damaligen Verantwortlichen, Emma Kliesen, starrt das männliche Exemplar NT01 im Alter von 6 Jahren. Meine Mutter arbeitete für die Mishima Saibatsu? Das ist eine Kiel-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-Wirr-W Keine Sorge, Mama. Ich finde deine Mörder.